Österreich steht am kommenden Sonntag vor einem politischen Erdbeben. Erstmals in der Zweiten Republik könnte die FPÖ stärkste Partei werden. Die letzte Lazersfeld-Umfrage, durchgeführt im Auftrag von UE24, lässt dies vermuten. Der Befragungszeitraum endete eine Woche vor dem Wahltermin. Lazersfeld berechnete für die FPÖ einen Wert von 27 bis 30 Prozent. Während der erste Platz relativ klar zugunsten der FPÖ entschieden scheint, bleibt das Duell um die weiteren Plätze spannend. Laut Lazersfeld hat die SPÖ mit Andreas Schieder Chancen auf 22 bis 25 Prozent und liegt damit vor ÖVP-Mann Reinhold Lopatka, dem 19 bis 22 Prozent prognostiziert werden. Die Reihenfolge ist entscheidend. Wer nur als Dritter ins Ziel geht und unter 20 Prozent fällt, startet mit einer schweren Hypothek in die Nationalratswahl im Herbst. Die Grünen müssen mit Verlusten rechnen und kommen nach der Lügenaffäre um ihre Kandidatin Lena Schilling auf 8 bis 10 Prozent, während sie 2019 noch 14 Prozent erreichten. Die Neos hingegen dürften stark zulegen. Zuletzt lagen sie zwischen 12 und 15 Prozent. Spitzenkandidat Helmut Brandstetter profitierte ebenso wie die SPÖ von der Krise der Grünen. Die KPÖ käme laut Umfrage auf 3 Prozent und die Liste DNA um Spitzenkandidatin Dr. Maria Hubner-Mock erreicht 2 Prozent. Bist Dein sicher, dass die Z-Box von einem neuen Halt werden über 2 bis 23 Prozent prognostiziert. Rögel-Mock erreicht 2 Prozent. Besonders Korona.